Wir haben es geahnt. Wir wussten es eigentlich schon seit Wochen. So richtig überzeugt ist US-Präsident vom G7-Gipfel auch nicht. Wie könnte er auch angesichts einer unfassbaren Kostenexplosion und einem Treffen mit sechs anderen Regierungsschiffs, von dem am Ende wohl nur eins übrig bleiben wird, ein nettes Gruppenfoto. Barack Obama ist selbstverständlich hochvernünftig, und offenbar nur aus einem einzigen Grund in Bayern, er will Bier. Und zwar viel. Das machte er gleich am Sonntagmorgen klar, als er in einer Rede verriet, als ich vom G7-Gipfel in Bayern gehört habe, habe ich erst gehofft, dass das Treffen zur Zeit des Oktoberfest stattfindet. Andererseits gibt es keine falsche Zeit für Bier und Weißwürste. Und die Beweislage gegen den US-Präsidenten wird immer erdrückender. Das Wetter sei so schön, sagte Obama. Für ihn offenbar ein Grund, keine Zeit zu verlieren. Wir sollten Bier trinken, ließ er Merkel und Co. bei seiner Rede wissen. Und diese Bilder sind der endgültige Beweis, dass Obama tatsächlich nur zum Saufen nach Bayern gekommen ist. Prost!